So, hallo, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Wir befinden uns derzeit in der elften Sequenz und hängen im Käfig und müssen uns jetzt hier irgendwie befreien, habe ich so das Gefühl. Hören Sie, seit Monaten keine gute Hinrichtung mehr. Nicht sein, Brickham. Hör auf damit! Hey, bewegt sich irgendwas. Ah, saugeil. Das ist ein Assassine. Wer bist du? Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Beein' wir uns. Danke. Was haben wir jetzt heute? Ein Blasrohr. Ich darf Freunde besuchen. Ich habe so das Gefühl, wir dürfen hier nicht gesehen werden, kann es sein. Komm, den holen wir uns. Oh, oh. Kann ich die nicht beide? Doch. Moni plündern. Klar. Ich habe so. Ich habe so. Glück gehabt. Puh. Boah, ich seh hier nix. Komme ich hier durch? Na geil, jetzt sind natürlich hier zwei Dicke. Über den Baum wäre ne Möglichkeit. Ja gut, müssen wir uns wohl wieder durchkämpfen. Hopp. Was ist denn das da drin? Geheimnismanuskript. Oh, okay. La la la. Die sind schon ne extrem üble Waffe, find ich. Wenn man die halt noch wirklich verbessern könnte, wär's halt echt Hammer. You there, intruder! Help! Alarm! Rouse yourselves, you dollards! Alarm! Rouse yourselves, you dollards! Hey! Get out here! Rubber! Der ist vorbei. Der ist vorbei. Die Damen raus. Die Damen raus. Ach, wieder keinen. ich finde es halt irgendwie so blöd die KI also nicht dass ich mich stören würde aber ihr müsst mir denken die steht so dritt um mich herum und warten erst bis einer von denen stirbt wir uns doch als freunde da da bin ich hergekommen so müssen dann mir ist gerade so extrem hell ich habe meine rolle ist nicht unten und schrecklich ich erkenne wie gesagt fast gar nichts wenn es so dunkel ist so das klappt schon gar nicht so und wer ist das alles gut er ist ein freund was ist mit bary die krank und ihr kind die haben es weiß nicht wo ich weiß es schmerzt my lady doch wir müssen leise sein kannst du gehen stütz dich auf marina komm ich kann nicht du such die zellen komm genauso das wird wieder boah sind wir langsam ich lasse dich nicht zurück verdammt wer ist fatten was du bist der die der 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 die das der stirbt doch nicht wegen mir das ist zu einer schweinerei du hättest die sein sollen die mich überlebt mein teil ist getan und eine liebst du bei mir könnte ich es mary ich bin bei dir kein wein bei dir vertreten durchsucht ihr jeden winkel gut so lasst die bloß nicht da hätte ich gehasst dafür die müssen unbedingt mit nehmen die ist einfach nur krass dies geil schatzkarte die diesen ort zeigt ok schaffen wir die schaffen wir rührt sie an ihr sterbt was ihr so oder so werdet das war für auch für es ist vielleicht die dame jetzt mitnehmen ob jetzt Hurtig, eilt euch Hobbitzen. Eilt dich, Kenway. Was werdet ihr jetzt tun? Nichts Vernünftiges. Ihr habt sie zwar nicht verdient, aber sie passen euch. Auf gutes Killingen, Edward Kenway. Das feiere ich gerade gar nicht. Schade, echt schade. Oh ne, jetzt kippen wir uns wieder voll weg. Ja, wir haben unsere Waffe und unsere Pistolen wieder. Drei Stück. Bleib liegen, ist gescheiter. Eine Flasche. Da will ich erst mal was sehen. Wird das reich? In all den Jahren hast du nie das erreicht, was ich in einem Fünftel der Zeit geschafft habe. Weil du ein guter Mann bist, Edward. Siehst du, Güte ist deine Krankheit. Das gehört mir, Robert. Gib es her! Gänzt du noch mein Credo? Ein kurzes und fröhliches Leben, das ist alles. Die Welt schuldet uns nicht mehr als das. Also nimm dir, was du willst, und stirb, bevor du miterlebst, wie man dich zum Narren macht. Gib es her! So ist's recht, Junge. Nimm es. Ich zentrete dich mal. Ich schlitz dich auf! Ruhig, kleines Hündchen. Kriech zurück in deine dreckige Hütte. Du bist meinem Irrsinn nicht im geringsten gewachsen. Robert! Willkommen an Bord, Canway. Beute, Plünderung und Abenteuer liegen vor uns. Bist du dabei? Aus dem Wegbein! Hebt das Glas auf die Freiheit! Auf alle Herren Glücksritter und alle Damen der Muße. Und auf eine Welt voller Lunken, die besser sind als alle Könige und Königinnen. Als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss, Freiheit und Macht. Welcher Mann bei klarem Verstand würde das alte Leben wählen? Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein! Wir schieben doch gerade voll Paranoia, oder? Was ist denn nicht mehr schön, die ganzen Haie? Was ist denn hier passiert? Da kämpfen zwei Monsterschiffe. Spanische gegen eines anderes. Ich denke, du hast geholfen, das ist mir schon wieder zu krass. Ein Adler, der hoch über einem Feld seine Kreise zog, der stürzte sich aus der Luft herab auf ein Lamm, packte es und trug es fort in seinem Nest. Ganz in der Nähe hatte das eine Dohle beobachtet und feldete sich ein, dass sie genauso stark und geschickt wäre. Also mit viel Geflatter und Federgerassel senkte sich die Dohle eilig herab und griff nach dem Fell eines großen Fedders. Aber als sie versuchte davon zu fliegen, merkte sie, dass sie nicht rumpf und stark genug war, um das Tier zu heben. Und selbst als die Dohle sich abmühte, bemerkte der Wetter davon fast gar nicht. Ganz in der Nähe, gleich hinter dem Feld, sah der Schäfer den zappelnden Vogel und war äußerst amüsiert. Er rannte herbei, schnappte den Vogel und beschnitt ihm die Flügel. An diesem Abend gab er die Dohle seinen Kindern als Geschenk. Was für ein komischer kleiner Vogel, Vater, lachten und riefen sie. Wie nennt man ihn? Das ist eine Dohle, sagte der Vater. Aber wenn du sie selbst... Nicht mehr als zwei Jahre! Du hast es versprochen! Du bist gegangen, als ich dich am nötigsten hatte! Aber du hattest mich! Warum kommst du nicht zur Ruhe? Mach ich dich nicht glücklich! Ich bin so nah, Caroline! Bitte, lass mich das machen! Tust du denn alles nur aus Trotz, Edward? Es ist nicht der Trotz, der mich antreibt, Mary! Sondern Mut! Zu welchem Zweck, Mann? Du hast niemanden mehr, den es kümmert! Der Flucht soll dir sein! Ich komm schon zurecht! Du Laus! Immer zerstörst du, wenn du etwas aufbauen könntest! Sogar dich selbst, wenn sonst schon nichts ist! Lass mich in Ruhe! Ändere den Kurs, Edward! Ändere deinen Kurs, bevor es zu spät ist! Ach du Scheiße, Leute! Was ist das denn? Boah! Richtig heftig, aber voll geil! Kapitän Kenway! Siehst aus wie ein Eimer Plombus! Gott! Ich hab einen Kater für zehn! Auf die Beine! Du machst es mir nicht leicht, Heidi! Nachdem du mich mit Roberts allein gelassen hast, sollte ich wütend sein, dich hier zu sehen! Doch eigentlich bin ich ungemein froh! Ich auch, Bruder! Und es wird dich freuen, zu hören, dass es deiner Jackdaw gut geht! Sollten wir Segel setzen? Du gehst? Aye, Edward! Ich werde noch woanders gebraucht! Ah, die hört doch! Wenn Herz und Verstand bereit sind, besuche die Assassinen! Ich glaube, dann wirst du es verstehen! Kingston! Wir haben eine Schatzkarte, hat er gesagt! Äh, und welche? Äh, Entschuldigung! 6, 2, 3, 1, 70, gell! 6, 2, 3, 1, 70! Ah, hier 1, 72! 6, 1, 72! Ja, hier 2, 3, 3, 2, 1, so ist daslightly zu sehen! Irgendwo am Meer, bei so einem ... ... ... ... ... ... ... ... was egal da drüben geht es ja auch noch weiter ja leute aber ich würde sagen ich schaue mal jetzt einfach mal so frech wie ich bin in der lösung nach und besorgt uns diese kompletten pläne dass wir unser schiff mal weiter aufrüsten können und so und dann wünsche ich euch in diesem sinn jetzt einen wunderschönen tag macht das gut bis zum nächsten mal